Willkommen! Ein Messeschnäppchen von Bali. Diese Liege, diese Solo-Liege, stand in Köln auf der Möbelmesse und wurde bewundert. Und was kann sie? Sie kann sehr viel. Sie ist in Leder Schwarz, sie hat eine bequeme Rückenlehne, die man hier verstellen kann, die man auch nach außen stecken kann, wenn man es kann. Die man dann auch flachstellen kann und das ist dann wichtig, jetzt muss ich es nochmal umstecken, wenn sie hier ist, hier ist eine Schiene und ich mache sie flach und ich lege mich hin, dann habe ich eine sehr bequeme Armlehne. Hier, die Kopfstütze ist auch verstellbar oder wegnehmbar, alles dabei, Armlehne, Kopfstütze und wenn sie dann mal im Büro übernachten müssen, weil es wieder mal zu spät wurde, machen sie das Ding runter. Die Armlehne können sich auch entfernen, alles in hochwertiger Qualität und sie haben hier eine tolle Liegefläche und können dann schlafen. Und morgens geht es wieder los und sie können dann wieder loslegen und arbeiten und hier auch mal gemütlich mittags sitzen oder liegen oder lümmen. Die Liege Hanna von, na das war jetzt nichts, die Liege Hanna von Bali wurde in Köln frisch vorgestellt. Jetzt bin ich zu blöd, aber ich kriege es hin. So, frisch vorgestellt, dies ist das Musterstück, die erste Liege Hanna, die in der Öffentlichkeit gezeigt wurde und Sie können sie haben zum Schnäppchenpreis ein Messestück Hanna von Bali. Dankeschön und tschüss.